Eine Kentauerin. Halbmensch, halb Pferd. Vielleicht ist es an der Zeit, den Pferden was zurückzugeben. Ostwind. Ich hatte schon wieder diesen Traum. Nackt auf dem Schulhof? Den habe ich auch immer. Wir haben das Einhorn gesehen. Ich hätte sie fast gehabt. Es sah aber nicht so aus, als würde sie freiwillig zu dir kommen. Und was macht die hier? Ist das dein Wald oder was? Ja, irgendwie schon. Ja, dann tut es mir leid, dass ich nicht geklingelt habe. Wo sind denn eigentlich alle? Der Kredit ist gekündigt. Was ist mit diesem Wunderwert, das du gekauft hast? Ostwald oder Südpol. Nordwand. Ostwind. Das wäre doch was. In zwei Wochen fällst du Kaltenbach an die Bank. Ja, irgendwas wird man ja wohl noch tun können. Ein Turnier. 50.000 Euro Preisgeld. Beginner ist das denn. Springen kannst du schon. Im Geländerreiten machst du dauernd, es bleibt nur noch Dressur. Dressur. Was habe ich ihm beigebracht? Ist doch auch Dressur. Dressur ist doch ziemlich das Gegenteil von dir. Und wenn wir dir machen? Und der wäre? Ich helfe dir, dein Pferd einzufangen und du hilfst mir, meins Pferd zu bekommen. Du verstehst Pferde auch. Nicht nur den Menschen oder wie ein anderes Pferd. Was machst du jetzt? Ich mache es auf meine Art. Dressur ohne Trenze. Das geht doch nicht. Das ist erst der Anfang von Jigas. Dressur ohne Trenze. Dressur ohne Trenze. Dressur ohne Trenze. Das geht doch nicht um Trenze. Bekl experience.